Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Let's Play Bad Wars. Mit dabei ist der Paul und der Critz. Hallo Paul. Paul? Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Natürlich wirst du hier, du wirst gar nicht bezahlt. Doch. Womit denn? Mein Manager hat gesagt, ich werde dir für bezahlt. Was für ein Manager? Du bist mein Manager. Achso, ja, da habe ich dich angenommen. Och man. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, letzter. Hast du genug? Äh, ich habe 20. Also nein. Also nein. 15, 14. Aber ich denke, das sollte schon mein Rüst. Das ist Stückreich. Dann rüstet du dich aus. Mit was? Weiß ich nicht. 4, 3, 2, 1, Oh, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Komm mal. Oh Gott, die bauen sich alle schon. Jo, da ist schon einer. Was? Also. Jo. Okay, der ist nicht clean. Der ist keinesfalls clean. Nee. Hat er dich getötet? Der ist komplett hart. Ja. Haha. Ich greife grünern. Ich greife grünern. Ich greife grünern. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Geile Kraft. Aua. Wo hat er den Bogen her? Hä? Hey. Ich hab doch gesagt, der eine war schon. Ja, aber, 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 was? Was, was, was? Aber, aber. Aber, aber. Geht du in die Mitte. Geht du in die Mitte. Geht du drauf. Da kommt einer übrigens zu uns. Das ist mir egal. Wir haben keine Blöcke, ne? Ja, warte, ich hol mal ein paar. Was? Er baut einen Weg. Was baut der einen Weg? Was, was denkt der, wer ist? Was baut der denn? Ich muss mich erst mal ausrüsten. Er hat gehört, er ist gegangen. Oh, ne, doch nicht. Er ist halt runtergefallen. Äh, was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Habe ich, habe ich, habe ich? Okay. Ah, ne, hier. Gut gemacht. Gut, Paul. Gar nix kann der. Warte, ich komme in die Mitte. Richtiger Storch. Was machst du denn? Meine Schutzmauer kaputt. Was Schutzmauer hier? Geh mir nicht. Aha. Ich glaube, das war sogar der mit dem Bogen. Wo ist das Gold? Wo ist das Gold? Ja, ich habe den mit dem Bogen gekillt. Oh, das bist du. Da kommt, warte, ich mache hier grün-gelb. Okay, gelb ist tot. Hast du Gold? Hast du Gold? Ah, ich habe vier. Ich habe auch ab. Ah. Nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht ausstoppen. Nicht stolpern, nicht stolpern. Okay, okay, alles gut, alles gut. Hinter mir ist keiner. Zack, Bogen. Zack. Wer war das? Hast du ein Bett weggemacht? Ja. Das kannst du nicht einfach machen. Das kannst du nicht einfach machen. Oh, ich habe grün ausgelöscht. Cool. Und ich habe einen Bogen da durchgekriegt. Ich habe auch einen Bogen. Wo hast du einen Bogen? Aus der Kiste oder was? Nee, von den anderen. Hä? Wie? Von den anderen? Ich habe doch gerade einen ausgelöscht. Und die hatten einen Bogen. Ach so, aber die können die doch nicht droppen. Nein, aber in der Kiste. Ach so, das war doch meine Frage, ob in der Kiste halt da. Hörst du mal, wo bist du? Bist du das oder bist du? Wer? Nee. Ich bin bei der einen Bogen. Ich zähle meinen Live-Bogen. Gehe ich jetzt nicht in die Mitte? Ich traue mich gerade nicht so. Warte, ich hole mir erstmal ein bisschen mehr Eisen und mache mir erstmal eine geile Rüstung. Mega Sneaky Peaky-like hier. Zack, zack, zack. Krasse Rüstung. Zack, zack, zack. Bessere Schwert. Zack, zack. Okay, okay, okay. Das brauchen wir nicht mehr. Haben wir eine Kiste eigentlich schon? Was, Kiste? Mach ich mal eine Kiste hin. Zack, zack, zack. Okay. Wer nennt wen hier? Wat? Ich hab Spitzkopf genannt. Wer hat denn jetzt noch einen Bogen? Ähm, ich. Bist du in der Mitte? Ja. Okay, komm ich auch. Oh Gott, oh Gott, ich bin runterfallen. Oh nee. Leute, der rennt jetzt nicht wirklich da hinten hin. Wo das Bett schon gar nicht mehr steht. Frischer Lappen. Hast du ihn getötet? Wer hast du denn getötet? Bogen. Dacht, du bist tot. Nein, ich bin nur runterfallen. Ich hab gedacht, ich bin tot. Aber der war nicht so. Der ist weg, okay. Getroffen, ey. Geil, geil, geil. Bogen. Geil nicht so. Bist du in der Mitte? Nee. Aber das hat mir gerade jemand das Gold in der Mitte. Ich. So, hallo. Hä, du, ich dachte, du bist in der Mitte. Nee, ich bin hier draußen. Also ja, in der Mitte, aber hier draußen. Ja, das war doch meine Frage. Ah, motze mich doch nicht irgendwo an. Ich motze dich gar nicht an. Hier, da kommt ein grüner. Grüner ist gar nicht mehr. Nee, ein roter. Also noch. Neun. Okay, ich krieg immer mehr Gold. Das ist gut. Bist du das denn? Ja, komm, dann greif ich die an. Oh, ich hab einen getötet. Krass. Aber ich hab so viel Gold. Ich werd's jetzt nicht verlieren, ey. Okay, Gelb hat noch einen Bogen. Was, was? Okay, dann muss ich ja weg. Weil dann können die mich runterballern. Ja, ich bin grad bei Gelb. Ja, trotzdem. Und ich halt den mit dem Bogen gerade im Schacht. Ja, ich halt rot im Schacht. In der Mitte. Warte auf Gold. Ja, ich auch. Ich hab 15. Ich brauch noch zwei Gold. Okay. Stirb doch. Ha. Lebst du noch? Paul. Ja. Musst schon mit mir reden, ne? Da ist doch ein TNT-Schopf. Achtung. Oh Gott. Ja, ich hau ab. Ja, Glocken reicht schon. Ja, ich kauf mir erstmal Sachen. Haben die einen Bogen, hast du gesagt? Wenn die mich jetzt runterschießen, dann reiß ich alles auseinander hier in meiner Wohnung. Du musst die Mitte jetzt mal eben alleine regeln. Ich bin tot, ne? Oh, nee. Klepto Manix hat mich gekillt. Hier, ich hab einen Bogen für dich. Der sträult. Danke. Ich hab jetzt einen 13er Bogen und einen Eisenschwert. Haben die jetzt einen Bogen gelb oder nicht? Ja. Der Bogen ist in der Mitte. Okay, dann geh ich jetzt erstmal nicht in die Mitte. Die kribt mich erstmal. Geil! Wie konnte ich den dann bitte... Alter, ich bin der geilste. Hast du den mit dem Bogen runtergehauen? Ja, Alter. Ich weiß, ob er den Bogen hatte, aber der Schuss war... Nee, der nicht. Der Schuss war der Obershit, ey. Dann ist das cool. Der Klepto Manix. Der hat... Scharfe LP. Scharfe LP hab ich mal richtig, richtig ein in die Fresse gedrückt. Wenn man das so sagt. Da macht der, da macht der nix. Da macht der gar nix mehr. Du gehst in die Mitte, ich komm dann nach, wenn du in die Mitte hast. Okay, aber ich lass den Bogen hier. Ah! Ich will kein Risiko eingehen. Ah, warum trifft der mich denn und ich treffe den nicht? Wir dürfen nicht unser Bett vergehen. Nee, nee, nee. Das ist das Ziel des Spiels. Baut das mal. Baut das mal. Meine Glück. Wir dürfen nicht das Bett verlieren. Das ist das Ziel des Spiels. Ja. Okay, das wär dann jetzt auch schon mal geklärt. Äh, ist der Gelb in der Mitte tot? Keine Ahnung. Von Rot, ja. Wenn der schon wieder tot bin ich der Geilste. Beide verkauft. Irgendwie müssen wir mal wieder in die Mitte. Geh mal in die Mitte. Weil ich... Ich bau jetzt nur unser Bett ein, ne? Hm. Ja, gut. Nur mal so gesagt, ja. Ja, wir dürfen das ganze Gold nicht, äh... Okay, der mit dem Boden ist da. Okay. Du kannst dein eigenes Bett nicht zerstören. Ist ja ne. Ich geh jetzt... Oh, ich trau mich nicht. Ich werd bestimmt runtergeschossen. Ich geh jetzt in die Mitte. Fuck off. Sicher? Ja, ich... Was soll ich machen? Ich muss ja mal hier. Wenn die mich runterwerfen, dann dreh ich durch. Aber ist egal. Machst du öfter? Wo sind die denn? Paul, wo ist die? Hier ist in der Mitte. Ist niemand. Das war die Dome. Das ist doch nicht. Dann kannst du ihn wahrscheinlich in ihrer Bestrechstigkeit einen Bogen holen. Okay, beide getötet. Warte, dann geh ich jetzt zu Gelb. Passt du auf Rot auch? Okay, ja, Rot ist auch tot. Hat grad einen Bogen verloren. Achtung, Gelb kommt. Gelb kommt. Gelb hab ich abgeschossen. Wir haben die Mitte, oder? Ich bin in der Mitte. Ja, ich auch. Alles gut. Alles gut. Okay. Ich bin ein bisschen angespannt. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt so. Du greifst erst mal Gelb an. Ich halte die Mitte. Oder andersrum. Egal. Wie, tschüss. Was? Oh, Opfer. Ich hasse so eine Leute. Als ob. Ich mach rot. Der Schaffel-Pier-Tex. Der ist einfach wieder hochgeflogen. Was? Echt? Ja, ich hab den runtergechlagen, da ist der wieder hochgeflogen. Schade, dass ich das nicht aufgenommen hab. Oh. Ich denke, wer ist? Da kommt übrigens einer von Gelb. Mit dem Schwert. Ist tot. Wer, du oder der? Er. So, ich geh mal zum Bogen. Wo hast du das Gold? Ja, ich hab doch nur einen Bogen in der Base. Ach ja, okay. So, siebener Brustpanzer. Wo ist denn der zweite Gelbe? Sag mal Bescheid, wenn ein Gelber rüberkommt, bitte. Ähm, ja. So, ich komm halt grad nebenbei noch ein und ich seh das halt nicht immer. Wer hat mich, weiter hab ich das Brauchstum auch. Aufnahmezerstörer! Alter. Ja, hä, wo? Ach so. Ja, stimmt. Ich hab schon noch, ich hab gar nicht gejointed. Ja, gemeint, dass der gejointed ist. Alter, hast du mich verjagt, Junge. Ohoho. Weil ich fast, Alter. Alter, ich, ich, Alter. Ich komm grad gar nicht mehr drauf klar. Das war übrigens der Barrett, der hier einfach mal rechts neben mir stand und mir ins Ohr geschrien hat. Wo ist denn, was machen die Gelben? Was machen die Gelben? Nix. Wahrscheinlich ihr Bett einbauen. Leute, man hört euch vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ist vielleicht nicht ganz so cool. Ich hab 24 Gold, Paul, komm an die Mitte. Sag mal noch, hallo, André. Lässt du es jetzt? Aber du hast ja noch ganz Hallo gesagt. Hallo, André, ich soll dir von Paul sagen. Ja, sagt mir nicht, hallo. Ist gut, ja, Alter, fickt dich. So, ich greife jetzt gelb an. Nein, warte. Ich bin in der Mitte. Ja, ach so, dann nimm mein Gold. Okay. Okay. Was? Was? Ha, ha. Ah, ist das lustig. Nicht. Nimm mein Gold, Paul. Quatsch. Tschüss, André. Tschüss, André. Ich hab übrigens übrigens ne Trap platziert. Hast du mein Gold genommen? Hast du mein Gold genommen? Liegt in der Kiste. Wo hast du ne Trap platziert? Äh, auf unserem Weg. Bist du auf dem Weg zurück, oder was? Ja. Okay, dann greife ich. Gelb oder Rot? Ich greife mal gelb. Warte, 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 warte. Nein, ich warte jetzt nicht mehr. Es wird zu langweil, viel Zuschauer. Aber ich bin nur noch in der Base. Oh, ja, Eisenschert. Wo ist der zweite gelb? Ich fass es nicht. Der hat sich weggeportet. Ah, okay, beide in der Base, okay. Wie das? Mann, ey, was ist das denn schon wieder Aufnahme hier heute? Irgendwann diese langwierigen Sachen sind nicht schlimm. Aber ich hab halt deine 8 gegen 1 Runde gesehen. Die war cool. Die war ganz geil, ne? Die erste, ja. Oh, da kommt übrigens einer. Ja, Rot, oder? Ja. Musst du was machen. Ja, der hat keine Chance, der Lappen. So. In der Mitte sind gerade 10 Gold gedroppt. Ich hätte mir eine Granate kaufen sollen, oder so. So, jetzt wird gelb auseinandergenommen. Ich hab' ja gedacht, wer er ist. Soll ich zu rot gehen? Ja, solange die Mitte hältst. Ach, das ist nur noch einer. Naja. Jetzt zu gehen. So, der erste ist down. Nein, der hat mich runtergeschlagen, der Hund. Ich hab' grad gedacht. Der andere ist auf der Brücke. Ja. Ja. Beide tot. Beide tot. Okay, dann nur noch auf rot. Okay, das war gar nicht so schwer. Ich hätte aber die bessere Spitzer können wir nehmen, sondern aber egal. So, nur noch rot. Der kommt übrigens gerade. Wo ist er denn? In seiner Base. Ach so. Gibt's ganz cool, der Kleine. Hat er dich besiegt, oder was? Ja. Kommt jetzt aber nein, warte. Warum denn? Da hab ich auch hingegangen bin und hat er mich runtergehauen. Ja, ich lass mich aber nicht runterhauen. Ach, das hab ich auch gedacht. Das war aber dann nicht so. Du kannst gar nichts machen, Junge. Gar nicht so, Lachs. Ja, okay, warte, bitte. Weißt du, wo das ist? Naja, ich hab doch Gabe auch schon gerade abgebaut. Ach so, ja, stimmt. Ich will ihn einsperren. Warte mal, ich will ihn einsperren. Warte mal. Mit Lacken? Warte, wenn du ihn ärgern willst, will ich das auch sehen. Warte, 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 bis ich da bin, bitte. Ja, der lockt sich eh gleich aus. Ja. Hä, was fällt ihm einfach rein? Hat er dich kaum? Nee, er hat versucht, das einfach abzubauen. Okay, das ist jetzt auch genug geärgert. Mich wundert, dass er nicht liebt. Lass ihn mal. Wir bauen ihm seinen Kasten. Warte, warte, warte. Warte, nicht töten, wir geben ihm eine Chance. Wir bauen ihn einfach ein und lassen ihn da drin vergammeln. Lass ihn einfach nicht töten, lass ihn einfach einbauen. Okay. Da will wohl jemand schnell sterben. Warte, nicht ihn abschießen, bitte. Wir lassen ihn einfach... Jetzt hat er sein Haus zugebaut. Jetzt hat er einfach zugebaut. Hallo? Ey! Hallo? Nicht ihn töten, bitte. Oh nein, lauf. Das ist rau, lass ihn. Wir bauen doch ein Haus. Oh, Mann. Good game. Ach, der Arme. So. Das war ziemlich lustig am Ende. Du Armer. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, liebe Freunde. Wenn ihr mehr Bad Wars sehen wollt, dann schreibt es jetzt endlich mal in die Kommentare. Irgendwie sage ich das jedes Mal, aber niemand schreibt es. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.